Ja Herrschaften, wir sind jetzt in Tetlikum, es ist zwischen Gefungen und am Rhein, dann geht es hier hin, am Rhein runter und nachher dann auf Eglisell. Neben mir immer noch mein alter Gründer- und Kupferstecher, Roger Havneur. Wir sind bei Kilometer 70,9, ich bin jetzt auch mal wieder auf meiner ursprünglichen Route. Ich melde mich heute. Vielen Dank.